Guten Morgen! Die erste Nacht im Urlaub haben wir hinter uns. Wir haben gestern für knapp die Hälfte von den 580 Kilometern 5 Stunden gebraucht. Wir sind dann hier in Eidlingen auf einen kostenfreien Stellplatz gelandet für die Nacht. Wir stehen hier auf dem Stellplatz Venusberg in Eidlingen. Sehr, sehr ruhig. Einziger Nachteil, man hat etwas ländliche Gegend. Ab 4 Uhr kräht hier ein kräftiger Hahn und der kräht regelmäßig. Aber dafür haben wir einen superschönen Sonnenaufgang gehabt. Jetzt steht die Sonne schon etwas höher. Ansonsten gelegentlich ein vorbeifahrendes Auto. Aber es war ansonsten sehr, sehr ruhig. Das ist direkt gegenüber der Veranstaltungshalle. Veranstaltung hatten wir keine. So spät wie wir kamen, war die vielleicht aber auch schon zu Ende. Wir sind hier gegen 11 Uhr gestern Abend angerückt und konnten direkt hier drauf fahren. Du fährst praktisch an den Parkplatz, nicht in den Parkplatz rein, sondern folgst dem Schild Stellplatz und fährst hier auf diesen Rasen. Hinten an dem Baum ist der Kantenstein abgesenkt und da könnt ihr dann hier auf die Wiese drauf fahren. Keine Angst, die Wiese ist vom Untergrund her geschottert, auf dem Erde aufgeschüttet wurde in einer dünnen Schicht, der sich dann halt wieder mit den üblichen Pflanzen bewachsen hat. Von daher, wir stehen hier mega fest. Morgens war es hier sehr taugig und überhaupt keine Probleme, hier auch im Dunkeln sich hinzustellen. Keile muss man auch nicht unbedingt haben. Wir stehen so, hat alles funktioniert. Ich zeige euch jetzt noch vorne eben die Einfahrt und dann müssen wir aber auch schon weiter. Weil, wir haben nämlich unsere Tour geändert, aufgrund einer Autobahnsperrung, wollen wir jetzt Richtung Bodensee und fahren Landstraße am Bodensee entlang. Naja, der endet ja auch an der Alpenstraße. Hier noch kurz unser Ausblick. Also eine wunderschöne Kulisse zum Frühstücken. Wer hier auch mal so Nord sich hinstellen möchte, es gibt ein Radwege- und Wanderwege-Netz. Eidlingen beendet verschiedene Locationen, in denen man einkehren kann. Geschäfte des Täglichen und da sind auch alle da. Also, vor einem kurzen Trip eine schöne Location. Hier kommt aus dieser Richtung angefahren und dann seht ihr auch schon ein Parkplatzschild. Als Orientierung einfach gegenüber der Festhalle hier abbiegen, auch wenn es nur für PKWs steht. Aber wenn man dann weiter schaut, sieht man unser Womo auf dem nächsten Schild. Hier die von mir beschriebene Absenkung des Kantensteins. Also da könnt ihr relativ gut drüber fahren. Angeboten werden hier am Womo-Stellplatz am Venusberg drei Stellplätze. Erlaubt sind drei Übernachtungen in der Zeit von April bis Oktober und kostenfrei. Es gibt auch eine Notfalltelefonnummer vom Bürgeramt. Das ist ein städtischer Stellplatz. Es gibt keine Art von Fähr- oder Entsorgung. Zur Orientierung habt ihr aber dafür hier einen Stadtplan von Eidlingen und könnt euch orientieren, wo ihr einkaufen oder was essen könnt. In diesem Kasten findet ihr das Anmeldeformular, das ihr dann ausgefüllt in den daneben hängenden Briefkasten einwirkt. Und schon könnt ihr hier völlig kostenfrei drei schöne Tage verbringen. So, mit diesem letzten Blick verabschieden wir uns. Wir wollen weiter Richtung Bodensee.